Hallo und herzlich willkommen hier zur niegelnagelneuesten Ausgabe des TeleStammtischs. Das ist Ausgabe 99 und auch hier bekommt ihr Interviews auf die Ohren, die ich beim internationalen Comicsalon aufgezeichnet habe. Das sind fünf ganz besonders spannende Interviews geworden, die ich geführt habe mit dem Michael Vogt, Bela Sabotke, Markus Repp, Jan Krehl und Daniel Eichinger. Wirklich ganz unterschiedliche Gespräche, sehr interessant, auch ganz toll, was wir da im Detail da noch auseinandernehmen konnten. Und auch das sind Gespräche, die ich euch präsentiere, ohne hier großartig geschnitten zu haben. Ihr merkt also schon, das möchte ich zeitnah veröffentlichen. Hier gehe ich nicht so in den Feinschnitt rein und präsentiere euch hier die ganz originalen, extrem authentischen Gespräche, die ich vor allem in meinem Podcaststudio oder aber eben in einem extra Räumchen vom Salon da geführt habe. Wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, dann gebt doch gern Feedback auf den üblichen Podcastplattformen eurer Wahl. Hinterlasst auch irgendwie Sternchen und Bewertungen auf zum Beispiel Spotify. Teilt diesen Podcast, teilt ihn auf Social Media und wenn es euch gefallen hat, dann bucht mich. Wir können diese Gespräche auch bei eurer Comicveranstaltung durchführen, auf der Bühne vor Publikum, so wie ich das beim Salon und beim Comicfestival München inzwischen seit einiger Zeit schon tue. Und ich freue mich drauf, von euch zu hören. Nun erstmal viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao. Er hat Bücher mitgebracht, zwei schöne Bücher, zwei richtig gut verarbeitete Bücher erschienen beim Atlantis Verlag. Die kann man jetzt hier auch kriegen beim Comic-Salon. Hat sie nicht gedacht. Ist trotzdem so. Es geht um Science-Fiction ja und wer könnte es anders sein? Jemand, den wir auch schon mal hier beim Podcast zu Gast hatten. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Der Ehrenpräsident des Comic-Salons Gönheim. Voll geil. Hallo, ich bin der Andi und wer bist du? Hallo, ich bin der Michael. Hallo der Michael. Du erzähl, wie geht's dir? Och ganz gut, noch. Mal gucken, der Tag hat gerade erst angefangen. Du hast gestern auch schon überall gesetzt. Ich habe dich bei Panini schon signieren und zeichnen sehen. Stimmt, ja. Ich war gestern bei Panini, ich war bei Cosmic kurz und dann bei Carlsson noch. Also gestern war die volle Tournee. Und auch nochmal herzlichen Glückwunsch. Ich habe gehört auch, dass der Science-Fiction-Kinderband, bei Carlsson hier, der fällt mir vor kurzem die Sprünge, die große Reihe, alle kennen sie. Na hier, Mensch. Die Reihe. Kleine Perry? Danke dir, Kleine Perry. Oh Gott, so peinlich, dass der Kleine Perry auch mega gut verkauft hat. Wir sind in der zweiten und dritten Auflage. Zweite Auflage. Voll gut. Noch nicht, ich hoffe bald. Gut durchgeschlagen, oder? Ja, auf jeden Fall. Vor allem war die erste Auflage so nach einem guten Monat, also nachdem es rausgekommen ist, ausverkauft. Also wir sind dann schon im Oktober oder so in die zweite Auflage gegangen. Und wer hat es jetzt eigentlich gekauft, die Perry-Fans oder die Kinder? Sowohl als auch. Das ist ganz lustig. Also wir haben sehr viele Lesungen gehabt und auch Signierstunden und so, auch Kinderfestivals. Und da waren die Kleinen ganz begeistert. Teilweise haben die Taschengeld noch zusammengekrasst, um den Band kaufen zu können. Aber wir haben natürlich auch eine Menge Alt-Fans. Also wir haben tatsächlich auch Fans, die so 75 plus sind oder so. Die also mit dem großen Perry aufgewachsen sind und ganz voller Begeisterung auch den neuen Kindercomic lesen. Aber das ist eigentlich All-Age. Also wir haben das schon so gemacht, dass man den auch als Erwachsener ganz gut lesen kann. Ja, aus privaten Gründen bin ich immer auf der Suche nach guten Comics für Kinder. Was wäre so das Minimumalter, was du empfehlen würdest? Sagen wir Vorlesen oder sowas geht locker, glaube ich, ab sechs. Sonst fest so acht bis zehn oder sowas kann man auf jeden Fall. Okay, zack, ein weiterer Titel auf der Liste gelandet. So schnell kann es gehen. Ja, großartig, denn wir kennen dich ja auch schon von anderen Interviews und wir haben da schon festgestellt, du bist auf jeden Fall der Mann für die Science Fiction. Du machst ganz tolle Sachen, die oftmals im Weltraum stattfinden und wir haben uns tatsächlich über verschiedene Sachen auch in der Richtung schon unterhalten. Jetzt hast du mir wieder was mitgebracht von einer Erfolgsreihe, einer Erfolgs-Anthologie beim Atlantis Verlag. Das habe ich auch schon mehrfach vorgestellt. Ich finde es ja auch wirklich ganz toll, das Projekt. Die Rede ist von Cosmic. Da ist jetzt auch ein neuer Band erschienen, oder? Ja, genau. Wir haben jetzt brandneu den Cosmic Band 9 raus, also aus dieser Anthologie-Reihe. Wir haben eine neue schöne Titelstory von CT, das ist Christian Turk. Vielleicht kennen den noch einige, der hat früher auch mal für, ich glaube, Ideenschmiede oder so ein paar Comics gemacht, das ist aus den 90er Jahren noch. Der hat einen wunderbaren franco-belgischen Stil und eine schöne Kurzgeschichte gemacht, die ja auch sogar ein bisschen philosophisch ist. Also es ist sehr schön. Wir haben natürlich auch noch viele andere Künstler und Künstlerinnen dabei, aber der neue Band lohnt sich auf jeden Fall für Leser, die halt gerne auch Abwechslung haben wollen und verschiedene, also offen sind für verschiedene Genres und Stile. Jetzt gucke ich mir gerade die Liste an. Man sieht ja immer praktischerweise, wer beteiligt ist. Wir haben Fotos, wir haben eine Kurzbiografie zu ganz vielen tollen Namen. Da gibt es die Vorgeberger, den Sascha kennen wir, Sascha Dörp, Jan Hoffmann kenne ich, die KD kenne ich, ich kenne irgendwie voll viele. Ich kenne vor allem aber auch den Maximilian Schlegel, verdammte Axt, was hat der denn jetzt mit Comic machen zu tun? Naja, der ist ja hauptberuflich beim Splitter Verlag, macht aber bei uns in diesem Fall eine Übersetzung aus dem Französischen. Wir haben einen Comic da drin, das ist Devlog, das ist so eine Science-Fiction-Sage, die wird in dem Band hier auch gerade abgeschlossen. Und der Autor lebt zwar in Deutschland, schreibt aber auf Französisch. Und das muss natürlich übersetzt werden. Ich kann kein Französisch, René, also der andere Herausgeber auch nicht. Und dann haben wir halt Max gefragt, der hat sich dafür also angeboten, das zu machen. Sitzt der jetzt auch für diese Gnie-Termine bei euch am Stand? Nee, ich glaube, der hat bei Splitter genug. Den Eindruck hatte ich gestern auch. Wir haben uns natürlich schon gesehen, gequatscht und wir haben ja auch hier Interviews mit Splitter-KünstlerInnen. Da ist Max immer der erste Ansprechpartner für. Ey, das ist so toll, dass es das gibt. Und vor allem freue ich mich mega, dass wir jetzt schon in der neunten Auflage sind. Also war das jetzt nicht so hochgegriffen mit Cosmic ist ein Erfolgsprojekt, das scheint sich zu rechnen. Ist das so? Es verkauft sich, glaube ich, ganz gut. Also es ist natürlich eine kleine, ausgewählte Leserschaft, die das gutiert. Aber die Begeisterung wächst offenbar. Also wir kriegen sehr viele positive Reaktionen, eben auch von Lesern, die dann sagen, ja, ich habe es gerade erst entdeckt oder sowas, das ist ganz toll und ich will den nächsten Band auch noch haben. Oder die dann tatsächlich auch, weiß ich, den aktuellen Band holen und dann zurückkommen, um die ersten Bände alle zu kaufen. Das heißt, ihr müsstet ihr aber auch immer alle vorrätig haben. Die sollten schon nicht verlagsvergriffen sein. Ist noch nicht. Okay, noch genug da sind er genügt. Das ist gut zu wissen. Wo drückt ihr eigentlich? Das finde ich auch immer ganz interessant, weil das sind ja tolle Sachen hier. Wo drückt ihr? Das ist tatsächlich in Ungarn in der Tüberei. Das machen wir jetzt, glaube ich, schon seit zwei Jahren oder sowas sind wir bei denen. Die machen das sehr gut. Also die haben eine super Produktionsabteilung. Die achten auch sehr genau auf Details und so. Also wenn da mal irgendwo ein Text in der Sprechblase verrutscht ist, dann kriegen wir dann eine Rückmeldung und die sagen so, Achtung, hier soll das so sein oder sowas. Das ist wirklich ganz großartig. Die wissen Bescheid. Okay. Also seit zwei Jahren, ich glaube, der René hatte mal ein bisschen erzählt, auch warum da Wechsel stattgefunden haben im privaten Umfeld. Ganz toll, wirklich gut verarbeitet Dinger. Ich sehe die nämlich immer. Ich sehe die, liebes Publikum, ihr müsst euch vorstellen, wenn ich die kriege, dann habe ich die im Regelfall nur digital. Dann ist es genau die Hälfte der Größe dieses wunderschönen Hardcovers, das ich gerade in der Hand halte. Das ist nicht so gut und vor allem lassen sich Tablets leider sehr viel schlechter signieren, als das die Original-Hardcover tun. Man kann nämlich bei euch tatsächlich auch die Künstlerinnen und Künstler treffen hier, richtig? Auf jeden Fall. Also wir haben Frauke Berger da, den Maximilian Mayer haben wir da. Wir haben den Marek Zuzlaski da. Ich weiß gar nicht, wer noch da ist. Ich müsste jetzt nachgucken. Also wir haben eine ganze Reihe. Sascha Dörp wird auf jeden Fall auch bei uns signieren. Ich bin auch ab und zu mal am Stand und signiere. Also eine ganze Menge Leute da. Voll gut und auch weiterhin da viel Erfolg. Was du auch noch mitgebracht hast, sind so ein bisschen gesammelte Werke, denn in Cosmic erschien auch eine Fortsetzungsreihe von der von mir sehr geschätzten Frauke Berger, die wir in diversen Projekten bei diversen Verlagen mit tollen Arbeiten sehen. Und ich halte hier was in der Hand. Das nennt sich Fly Me to the Moon und ich glaube, es geht nicht um Frank Sinatra. Nicht ganz, aber es hat schon was Jazziges. Nein, das ist also in der Cosmic Abband 1 hat Frauke Berger immer einen schönen kurzen Comic mitgeliefert. Das hat sich so ergeben, dass das eine Reihe wird bei ihr, die man auch locker einzeln lesen kann. Das sind immer kleine Abenteuer. Da geht es halt um eine, ja eigentlich um die Welt, die ist komplett vom Meer umschlossen. Also es gibt kein Land mehr, aber es gibt sozusagen noch ein Haus, was aus diesen Fluten herausragt. Und da lebt halt die Tiefseetaucherin und die muss halt, ja verschiedene Rätsel lösen und geht dabei immer tiefer. Also das Haus ist sozusagen wirklich auf dem Meeresgrund gebaut. Das geht also ganz, ganz tief runter und das wird immer verrückter, je tiefer sie dann davor dringt zusammen mit einem Roboter. Aber eigentlich möchte sie weg von dieser überfluteten und teilweise auch sehr unheimlichen Erde und will halt zum Mond. Und das erzählt sozusagen dieses Abenteuer. Und wir haben in diesem Fly Me to the Moon Band sind alle diese Kurzgeschichten aus Cosmic 1 bis Cosmic 8 gesammelt. Und Frauke hat aber nochmal 50 neue Seiten dazugepackt. Nochmal ebenso, 50 neue Seiten dazugepackt. Ebenso, also in einem unglaublichen Tempo. Ich weiß nicht, wie sie das schafft. Also wahrscheinlich schläft sie einfach nie. Und sie hat auch den Stil noch ein bisschen geändert. Also sie hat vorher strichorientiert mit wunderschönen Farben koloriert gearbeitet. Und auf den letzten Seiten hat sie den Strich weggelassen und arbeitet fast in einem leicht kubistischen Stil. Es ist wunderschön geworden. Und ich bin sehr, sehr stolz, dass wir diesen Band irgendwie herausbringen konnten. Und wir haben damit, das ist jetzt der erste Band der Edition Cosmic. Das ist das Imprint quasi? Das ist das Imprint, was wir dafür so benannt haben jetzt. Und wir wollen halt ein, zwei Alben im Jahr halt von verschiedenen KünstlerInnen rausbringen. Sind das auch immer gesammelte Cosmic-Sachen? Werden wir sehen. Also wir haben auf jeden Fall, jetzt fällt mir der Name wieder gerade nicht ein, weil mein Namensgedächtnis so furchtbar ist. Kosmische Labyrinthe hatten wir ja von der, Maike Schuldchen, jetzt fällt es mir ein. Und da hatten wir ja vier Teile in den ersten vier Cosmic-Ausgaben. Die hat unterdessen auch das Abenteuer fortgeführt. Also gibt es sozusagen nochmal die doppelte Menge und so. Und das wollen wir halt auch noch rausbringen. Das wird wahrscheinlich erst nächstes Jahr der Fall sein, aber gucken wir mal. Aber das steht auf jeden Fall zum Beispiel schon auf dem Plan. Und wir haben noch so ein, zwei andere KünstlerInnen, die wir auch gerne da bringen würden. Muss nicht unbedingt in Cosmic 4 veröffentlicht sein. Okay, also können auch durchaus exklusive Sachen passieren. Ich finde jetzt hier auch diese scheinbar wirklich 50 Bonus-Seiten, das sind ja nicht mal mehr, das ist ja schon. Daher bekomme ich ganz toll. Und bei Forke ist es ja so, und du hast es vorhin auch in einem anderen Aspekt angesprochen, bei einer anderen Geschichte, dass philosophische Aspekte ja auch immer eine Rolle spielen. Das ist im Science-Fiction ja ein großes Thema, wie ich finde, weil es ja ein bisschen immer auch ein Greifen nach den Sternen ist. Aber auch letztlich so ein bisschen im ethisch-moralischen, im philosophischen Sinne meinetwegen. Das finde ich immer sehr herausfordernd. Ist das, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist was, was jetzt im Mainstream-Science-Fiction zuletzt leider wieder weniger wahrgenommen wurde. Hast du diesen Eindruck auch? Oh, das weiß ich gar nicht. Ich bin jetzt auch, sagen wir so, bei der aktuellen Literatur ist es auf jeden Fall mit drin weiterhin. Also bei den Filmen ist es eine andere Geschichte, weil man kann ja machen, was man will. Also unterdessen kostet es ja fast nichts mehr, da irgendwie auf die Pauke zu hauen und tolle Effekte zu machen. Und dadurch geht dann tatsächlich einiges von diesem Hintergründigen verloren, was man früher machen musste, weil man eben nicht so sehr auf Effekte zielen konnte. Also das heißt so aus den 70er, 80er Jahren oder sowas gab es viele Science-Fiction-Filme, die eben wirklich über diese philosophische Schiene herangingen. Wir haben aber auch in den letzten zehn Jahren eine Menge Filme, Interstellar oder so zum Beispiel, oder die ganzen von Denis Villeneuve. Dune. Dune zum Beispiel auch, also die einen sehr starken philosophischen Aspekt haben, wobei der natürlich auf eine Literaturvorlage zurückgreift, die schon genau das macht. Ja, okay. Sehr gut. Philosophie und Sci-Fi gehört einfach irgendwie zusammen, das sind so ein bisschen so Geschwister irgendwie. Du arbeitest aktuell vermutlich am zweiten Perry-Band, oder? Am dritten, vierten schon? Erzähl mal, wie ist gerade bei dir die Lage? Also ich habe, der zweite Band von der Kleine Perry ist jetzt fast fertig. Ich habe am letzten Montag die letzte Seite koloriert. Jetzt, wir sind gerade auch durch das Lektorat durch, das heißt jetzt werden diese Korrekturen noch eingepflegt und es gibt noch ein bisschen Anhang, den muss ich noch machen und dann sind wir eigentlich durch. Das heißt also Mitte des nächsten Monats geht das Ganze an den Verlag und Anfang Juli wird gedruckt. Das heißt der Band kommt pünktlich, Ende August raus. Ich bin sehr froh. Sehr froh bin ich auch. Unter anderem bin ich auch sehr froh, dass du jetzt Ehrenpräsident einer Veranstaltung bist, die ich auch nur einmal besucht habe, weil es sie auch nur einmal gab und es ist irgendwie aber auch in der Nähe gewesen, deswegen habe ich sie sehr gerne wahrgenommen. Die Rede ist von einem Comicsalon und wir reden nicht von Erlang, wir reden von Gönheim. Erzähl mal, wie ist der Stand der Planung beim zweiten Comicsalon Gönheim? Also wie der Stand der Planung, ich bin nicht so sehr in der Planung da drin. Das wird halt alles sehr zentral von den Leuten dort vor Ort organisiert, aber das Festival ist halt ein sehr sehr schönes. Also einfach auch deswegen, weil Gönheim ist ein ganz kleiner Ort in der Pfalz und die haben schon seit einigen Jahren dort halt ein Weinfestival, weil es ist natürlich eine Weingegend und man kommt da auch sozusagen, so viel man aus dem Dorffeld ist man in Weinfeldern, das ist wunderschön. Aber die haben auch schon, ich glaube seit zehn Jahren oder so, ein Streetart Festival gleichzeitig. Da kommen also Künstler aus der ganzen Welt, letztes Jahr waren ganz viele aus Brasilien zum Beispiel da, die bemalen dann halt einfach die Straßen und teilweise auch Wände der Häuser oder sowas mit schönen Kreidemalereien und wunderbaren Kunstwerken. Und die Macher haben sich gedacht, naja, warum sollten wir dann auch nicht das noch ein bisschen verstärken und holen auch noch Comic-Künstler dazu? Und deswegen gab es halt letztes Jahr zum ersten Mal diesen Comicsalon in der Pfalz. Und dieses Jahr sind auch wieder eine ganze Menge interessanter KünstlerInnen dabei, die machen ja immer ein Journal, das exklusiv zu diesem Salon erscheint. Die laden also oder machen eine Art Wettbewerb, sagen wir es so. Die laden verschiedene KünstlerInnen ein, da was zu zeichnen und die, die ausgewählt werden und in den Bann kommen, werden dann auch von den Veranstaltern eingeladen zum Salon und kriegen also Hotel, Anreise und so weiter spendiert und zeichnen da halt auch vor Ort. Und dieses Journal ist letztlich ein bisschen anthologisch, hat ja gestern auch ein E-Com gewonnen, ist also wirklich eine tolle Sache, die es immer nur exklusiv vor Ort gibt. Soweit ich weiß, kriegt ihr die auch nirgends anders. Ihr müsst schon hinfahren, um euch diesen geilen Scheiß anzugucken. Genau das. Anders geht es nicht. Ja, dann ist das natürlich wirklich was, also ich freue mich ja über Veranstaltungen aller Art, die irgendwo aufploppen in Deutschland und die da diese Richtung auch, die Förderung des Comics ins Zentrum stellen, die finde ich ja hervorragend toll. Auf jeden Fall, nein, das ist wirklich sehr, sehr schön, weil die nehmen sich auch so mehr Beispiel an diesen französischen oder belgischen Festivals, also das, wo die Organisatoren sozusagen alle einladen und nicht von den Verlagen verschiedene Künstler nur eingeladen, also nur eingeladen werden, in Anführungsstrichen. Da geht es auch immer um Geldquellen und so, ihr müsst da echt mal hinfahren. Ich habe letztes Jahr mit dem gesprochen, mit dem Vorstandsvorsitzenden oder was auch immer, der mir das alles mal erzählt hat, wie sich das refinanziert und so, das ist wirklich spannend. Letzte Frage und es geht auch wieder um Salon, nämlich den, auf dem wir gerade sind. Der Comicsalon ist ja nun wirklich nicht irgendeine Veranstaltung. Deswegen auch mal ganz offen die Frage für dich, was ist eigentlich Erlang für dich? Was ist der Comicsalon für dich? Erlang ist für mich das große Familientreffen der Szene. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich hier sein kann. Ich komme regelmäßig seit, jetzt sage ich, wie alt ich bin, 1986 hierher und unter dessen kenne ich ja jeden Zweiten sozusagen, der hier irgendwie über den Weg läuft. Und es macht tierisch Spaß, die alle mal wieder, also alle zwei Jahre dann wieder zu treffen. Teilweise auch die Leute aus Berlin, die ich so in Berlin nie treffe, die sehe ich dann halt hier auch wieder. Und es ist einfach ein großes Fest. Ein großes Fest war es mir auch, mit dir reden zu dürfen. Lieber Michael, ich danke dir vielmals, dass du da warst und wünsche dir natürlich weiterhin viel Erfolg, insbesondere auch mit deinen Werken, mit Cosmic, aber ich brauche dir Erfolg nicht wünschen, weil davon hast du gerade echt jede Menge verdienten. Danke dir. Vielen lieben Dank, Andreas. Bis dahin. Tschüss. Mach's gut. Ja, ciao. Der Andi Preller. Ein Ex-Cookie, ein Ehren-Cookie. Der Comic-Cookies, der hat immer schon viele gute Worte verloren für die Person, die jetzt mit mir hier am Tisch sitzt. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Ich habe tatsächlich auch eine Handvoll Sachen von ihm schon gelesen. Ich weiß nicht, ob man das sagen kann. Eine echte Berliner Schnauze. Das muss er mir gleich nochmal verdeutlichen, ob das der Fall ist oder nicht. Aber er ist definitiv einer von uns, einer von der guten Seite der Macht. Er ist ein Nerd und er mag Comics. Hallo, ich bin der Andi. Und wer bist du? Ich bin der Bela. Hallo. Hallo, Bela. Ich freue mich, hier zu sein. Und Berliner Schnauze ist okay. Darf man das zu sagen? Natürlich. Also ich habe mich immer gefragt, du warst ja hin und wieder auch schon zu Gast. Ich glaube, du warst auch schon mal beim Andi Preller zum Beispiel, ich glaube in den Podcast-Projekten. Wann kommt eigentlich der Bela Sobotke-Podcast? Ach, ich fühle mich eigentlich ganz wohl so als Gast. Ich bin ja öfter mal bei Yay Comics, war öfter bei Das alles mal und bei ein paar anderen Podcasts. Ich mache es immer gerne, aber selber, dafür fühle ich mich nicht berufen. Du bist aber auf jeden Fall ein sehr guter Redner, ein unterhaltsamer Redner und jemand, dem ich halt wirklich tatsächlich gerne bei so Veranstaltungen auch zuhöre. Und das haben die vom Salon scheinbar auch begriffen. Deswegen sitzt du hier in Panel-Veranstaltungen. Was wird es geben für dich hier beim Salon? Genau. Bei einer Podiumsdiskussion bin ich dabei, wo es um zehn Jahre Comic-Förderung in Deutschland geht. Das wird moderiert von Lars von Törne vom Tagesspiegel, mit dem ich halt in Kontakt stehe, weil ich ab und zu auch für den Tagesspiegel über Comics schreibe. So aus der Zeichner- und begeisterten Innensicht. Und der hat mich angesprochen, weil er mal mitbekommen hat, wie ich mich ein bisschen kritisch zum Thema Comic-Förderung geäußert habe und das offensichtlich sehr nachvollziehbar fand, was ich gesagt habe. Und eben auch weiß, dass ich dann aber nicht anfange zu pöbeln, da auf dem Podium oder so oder die Revolution auszurufen. Und deswegen hat er mich so als kritische Stimme zu dem Thema eingeladen. Es ist ein Riesenthema, Comic-Förderung. Das habe ich die letzten Tage so oft gehabt, in allen Gesprächen, umfern, ab des Mikrofons. Und Förderung ist ein ganz großer, also nur mal so ein Aspekt. Was ist eigentlich die Comic-Förderung? Geht es hier um KünstlerInnen-Förderung, um Buchförderung, um Verlagsförderung? Oder ist es alles Quatsch, weil wir damit haben wir nur mehr Produkte? Eigentlich müssten wir die Strukturen fördern. Ich finde, da stehen viele Fragen im Raum. Was ist für dich Comic-Förderung? Ja, das ist eben eine gute Frage. Also ich schaue mal, ob mir die Leute, da sind halt viele eingeladen, auch die aus der Fördererseite kommen. Und ich bin gespannt, ob die da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können, weil je nachdem, was für ein Aspekt von dem, was du gerade gesagt hast, man mehr im Auge hat, macht halt eine Förderung auch mehr oder weniger Sinn, so wie sie zurzeit ausgestaltet ist. Also ich bin da wirklich auch sehr gespannt drauf. Und ich möchte auch nicht die Förderung irgendwie in Grund und Boden reden oder so. Es ist ja wirklich viel erreicht worden in den letzten zehn Jahren. Also die Berthold-Leibiger-Stiftung macht es seit zehn Jahren. Das Berliner Comic-Stipendium, was ja auch immer höher dotiert war, gibt es seit sieben Jahren. Also und ich meine, davor gab es halt null. Also von daher, da hat sich schon viel getan. Ja, aber es ist ein spannendes Thema und ich habe auch wirklich viel mit den Menschen schon drüber gesprochen und so. Und hier in Erlangen klopfen mir alle eigentlich so auf die Schulter, die halt ungefördert sind, die sich ja immer mal beworben haben, aber es nie bekommen haben und die eben auch so ein gewisses Muster darin sehen, was für Comics gefördert werden und was für Comics nicht gefördert werden. Und ich sehe mich so ein bisschen als Vertreter von denen dann. Also ich versuche dann, diese Leute gut zu vertreten sozusagen. Ich habe mich tatsächlich auch mit dem Band, über den wir nachher bestimmt sprechen, Terror 3000, beworben um Förderung, was natürlich so ein bisschen irrsinnig war. Aber ich möchte es halt immer mal wieder probieren, so meine eigene Thesen zu widerlegen, dass Genre-Comics zum Beispiel keine Förderung kriegen. Ja, aber es hat nicht geklappt, aber er ist trotzdem rausgekommen. Dann wirklich letzter Punkt dazu, bevor wir dann auch mal ein bisschen in die Details gehen. Meine erste Reaktion auf eine letztlich ähnliche Äußerung gestern in einem Gespräch war dann, ja, seid ihr alle bloß neidisch, weil die anderen haben es halt gewonnen und ihr nicht. Blöd. Und wie argumentiert man da? Also ein bisschen neidisch zu sein gehört vielleicht dazu, genau, das sind menschliche Emotionen. In meinem Fall kann ich sagen, dass ich einfach davon ausgegangen bin, es nicht zu bekommen. Es hat mich nur interessiert und ich wollte es mal... Gibt es eine Begründung dann auch? Nee, null, genau. Das eben nicht. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich drauf hinaus will. Also aus meiner Sicht könnten die ein bisschen mehr kommunizieren, was sie eigentlich gerne fördern und was sie sehen wollen, sozusagen. Sie sagen aber immer, jeder kann sich bewerben und jeder hat die gleichen Chancen. Das glaube ich halt nicht so ganz. Ja, ansonsten, ob da viel Neid dabei ist, keine Ahnung. Also viele ComiczeichnerInnen wollen es halt gerne haben. Das ist halt auch, da ist einiges Geld im Spiel. Also was in der Comicszene in Deutschland halt in der Regel nicht so ist. Und von daher ist es eben, ja, sehr begehrt so. Lieber Bela, du bist ja heute auch vor allem da als Comic-Artist. Du machst echt tolle Dinge, soweit ich sie kenne. Erzähl doch mal ein bisschen. Lass mal bitte ganz kurz mal so einen Vita-Abriss machen. So einen ganz basic, wo wir dich ja noch nicht zu Gast hatten hier beim Tele-Stammtisch. Seit wann machst du eigentlich Comics und warum? Ja, da ist ja immer so die Antwort, die klassische Antwort und so war es bei mir auch. Ich mache Comics, seit ich einen Bleistift halten kann. Natürlich nicht schon mit fünf Jahren professionell oder so, aber gezeichnet habe ich schon immer. Und ich habe dann Kommunikationsdesign studiert und auch ein Diplom zum Thema Comic gemacht, was damals noch nicht so üblich war. Im Jahr 2000 habe ich Diplom gemacht und dann eben mich selbstständig gemacht und auch relativ bald dann Auftragskomics gemacht und so. Und freie Werke dann erstmal im Eigenverlag rausgebracht. Gonzo-Gulasch Teil 1 und Teil 2. Und da hat sich dann schon so ein bisschen Kontakt zu Holger Bommer von Gringo Comics ergeben. Und 2008 bin ich dann mit Knochenjochen bei Gringo Comics gelandet. Das hat ein Dichter geschrieben erst, Helge Großklaus. Und ich habe es dann als Comic umgesetzt mit dem gedichteten Text drin. Und das hat eigentlich ganz gut eingeschlagen. So ist tatsächlich der bestverkaufte Comic bei Gringo Comics aller Zeiten geworden. Wurde auch damals in Erlangen 2008 hier viel zitiert und vorgelesen von allen möglichen Leuten, weil es ein lustiges Ding war. Und seitdem bin ich halt bei Gringo Comics und bringe so alle zwei Jahre mal so einen Genre-Kracher raus. Ich würde mich schwer tun damit, so einen gemeinsamen Nenner in deiner Stylistik zu finden. Aber wenn ich sagen würde, du haust in deinen Comics gerne mal auf die Kacke. Stimmt das? Ja. Wie würdest du es dann formulieren? Was zeichnet deine Comics aus? Ich hau gerne auf die Kacke. Ja, also weißt du, das ist so die meisten Comics. Es gibt auch Ausnahmen so. Einmal haben wir zum Beispiel Uta's Truckstop rausgebracht. Das war eigentlich eine Auftragsarbeit für ein Fernfahrermagazin. Armlose Gagstrips. Also das kann ich schon auch. Aber ja, wenn ich so Dinge mache, wo mein Herz dran hängt, wo ich absolute kreative Freiheit habe, dann sind es Genre-Comics, die viel zitieren, so aus Film und Comic und so weiter, auf so eine liebevolle Art, also so eine Art Pastiche irgendwie. Und es ist viel Splatter drin, dafür bin ich inzwischen auch bekannt. Und ja, ich hau halt gerne auf die Kacke. Gleichzeitig versuche ich es visuell irgendwie aufregend zu machen und spektakulär irgendwie interessante Panel folgen und so. Also das Handwerkliche ist mir auch immer sehr wichtig. Und ja, so habe ich mir irgendwie so eine kleine Nische erarbeitet. Und bei Gringo bin ich halt irgendwie ein fester Bestandteil des Verlags und freue mich sehr, dass Holger da immer mitgeht. Auch wenn es halt mal wirklich derb wird, wie jetzt bei Terror 3000. Und sogar eben mir dann auch Hardcover zugesteht und so, was echt keine Selbstverständlichkeit ist bei so einem kleinen Verlag. Erst recht nicht bei den Druckkosten heutzutage. Wir werden da heute auch sehr drüber reden beim großen Kleinverlagsgipfel. Da wird dann auch der Holger mit dabei sein. Ich bin sehr gespannt, was er zu erzählen hat. Jetzt halte ich hier gerade was in der Hand. Terror 3000, du hast es schon mehrfach erwähnt. Und da würde mich auch mal so ein bisschen erzählen, vielleicht fangen wir erst mal bei Null an. Wo geht es überhaupt? Ja, es ist ein Science-Fiction-Comic. Spielt im Jahr 3000. Deswegen der Titel Terror 3000. Die Menschheit hat sich dezimiert. Aufgrund von Klimakatastrophe und Verteilungskriegen und so weiter sind sehr wenige geworden. Es ist sehr warm. Und man hat Kolonien auf dem Mond und auf dem Mars und in der Tiefsee gegründet, um so der Hitze zu entgehen. Und sonst lebt man noch so in den Großstädten, wo es gemäßigtes Klima gibt, wie zum Beispiel Berlin, wo es halt nur so um 48 Grad hat. Und die Hauptfiguren aus dem Comic sind ein Lieferdienst, ein Space Parcel, besteht aus drei Personen. Und es ist eigentlich relativ friedlich geworden, aber so im Verborgenen lauert noch die Reaktion, lauern die Faschisten überall. Also zum Beispiel Mondnazis oder faschistische Fische im Nativsee, Fischmenschen. Und diese Space Parcel-Leute haben nun das unglückliche Händchen, dass sie genau diesen Leuten Dinge liefern. Und das geht dann immer nach hinten aus und endet jedes Mal in einer Gewaltorgie, wo die Nazis ordentlich auf die Fresse kriegen. Amen. Da kommt schon so ein bisschen der Punk und die durch auch, wenn du das so vorstiegst. Ja, das, weißt du das, also bei mir, also man verarbeitet einfach auch Dinge, die einen aufregen mit einem Comic. Ich glaube, das machen sehr viele Leute. Das habe ich schon als Teenager gemacht, lange bevor ich professionell gearbeitet habe. Wenn mich was geärgert hat, habe ich einen Comic darüber gezeichnet und mir ging es besser. Und jetzt sind ja die Faschos sehr präsent wieder geworden, schon eigentlich ja seit Jahren. Also die ersten Seiten hier aus dem Comic sind ja auch schon, ich glaube, fünf, sechs Jahre alt. Also da ging das ja auch schon so los und ist ja eigentlich immer schlimmer geworden. Und das wollte ich mir so ein bisschen von der Seele zeichnen. Und das ist dann eben auch immer so ein bisschen das Angebot an die Leserschaft. Weißt du, wie so eine große Demo gegen rechts, wo man hingeht, man will was zeigen, man will der Politik was sagen, dass wir auch besorgte Bürger sind und so. Und was gegen die AfD machen und so. Aber der unmittelbare Effekt ist halt auch, dass du selbst dich ein bisschen besser fühlst und dich so empowerst. Ja, und du siehst, es gibt Leute, die denken jedenfalls in dieser Beziehung genauso wie du, dass das was geschehen muss und so. Und vielleicht fühlt man sich ein bisschen nach der Lektüre des Comics auch so. Gleichzeitig aber eben nicht total schwer oder so, sondern sehr lustig, sehr übertrieben, over the top. Es ist auch wirklich sehr blutig. Und also kleine Warnungen für zarte Seelen ist es vielleicht nichts, aber ja. Ein humoristisches Kante zeigen bin ich auf jeden Fall voll dabei. Zum Glück haben es die Nazis noch nicht geschafft, die Comicszene ernsthaft zu infiltrieren. Man hat hin und wieder mal gehört zu Geschichten und sie haben sicherlich verschiedene Versuche. Aber zum Glück haben wir sie erfolgreich zurück in die Hölle geschickt. Genau. Ich habe das Gefühl, ich habe von Terror 3000 vor einiger Zeit schon mal woanders was gelesen. Denn ich glaube, dass einzelne Seiten oder zumindest Figuren auch schon woanders erschienen sind. Erzähl mal, kann das sein? Und wenn ja, wo war das? Ja, sehr gut beobachtet. Die ersten zwei Kapitel sind tatsächlich in Cosmic vorveröffentlicht worden, weswegen das jetzt auch sehr gut passt, dass ich nach dem geschätzten Kollegen Micha Vogt hier im Studio bin. Ja, die ersten zwei Kapitel, also Blutmond 3000 und Marianne 3000, der erste spielt auf dem Mond, der zweite im Marianngraben, sind in Cosmic vorveröffentlicht, sind hierfür noch mal überarbeitet worden und das dritte Kapitel, was dann noch mal so lang ist wie die zwei ersten zusammen, ist komplett neu entstanden. Und das ist eine abgeschlossene Geschichte. Genau. 3000, das kommt auf wie vielen Seiten daher? 48. 48 Seiten, entweder mal schön verarbeitet und auch ganz coolen eigenen. Also die Stilistik ist einfach toll. Also das kann man gar nicht sagen. Ich weiß nicht so genau, wie ich es sagen soll, aber was ich schon noch sagen kann ist, ich bin eigentlich kein Freund von kartunesken Dingen. Das hier geht aber schon in die Richtung, und ich finde es extrem ansprechend, was auch mit der Farbpalette zu tun hat, denn du reduzierst sie und aber schaffst es irgendwie in der Auswahl zu treffen, die mich sehr anspricht. Ich glaube, das ist genau mein Ding und nicht nur Woldanazis auf die Nase kriegen, sondern eben auch, ja ich weiß nicht, das ist halt einfach irgendwie Genre. Hast du eigentlich auch schon mal was für Weißblech gemacht? Ne. Das würde auch passen, oder? Auf jeden Fall, ja. Ich bin da auch ein großer Fan von Captain Berlin zum Beispiel, aber ich bin halt bei Gringo so eingebunden und immer mit Projekten versorgt, dass es bisher noch nicht dazu kam, aber ist was, was ich nie ausschließen würde, ja. Dann lass uns auf jeden Fall auch noch mal kurz über Veranstaltungen sprechen, Comic-Veranstaltungen. Warst du dieses Jahr auf der Invasion? Ja, klar, da bin ich immer. Wie lief's? Gut, ich find's sehr schön. Also ich war nicht als irgendwie mit dem Stand da oder so, sondern da bin ich einfach immer als Gast. Ich kenn die Leute so ein bisschen und sag dann Hallo und guck mir das alles an. Da sind halt sehr viele, ja so selbstverlegende, junge Menschen und so. Das find ich immer super interessant. Also da sind so viele Talente dann und ja, so ein bisschen gibt's Veranstaltungen drumrum. Es gab zum Beispiel diesmal auch die Vorstellung der diesjährigen Stipendiaten vom Berliner Comic-Stipendium. Das hab ich mir natürlich angeguckt als kleine Hausaufgabe für das Panel am Sonntag. Es ist immer eine tolle Veranstaltung, wirklich toll. Ich hab auch so dieses, wie die gewachsen sind, mitbekommen. Erst auf dem RAW-Gelände, da war es so schraddelig, punkig irgendwie und dann sind sie ja mittlerweile im altehrwürdigen Museum für Kommunikation angelangt und da eine echte Institution. Also das ist eine tolle Veranstaltung. Liebe Grüße an die Hauptstadt, liebe Grüße auch an die Lara, die das Ganze da als Festivalleiterin organisiert und auch für euch nochmal der Hinweis, das Ganze kostet keinen Eintritt. Das ist auch eine Familienveranstaltung. Nehmt sie wahr, das macht viel Spaß, also um es zu ignorieren. Absolut. Also wenn man in Berlin wohnt, sollte man unbedingt hin gehen und das ist auch mal eine Reise wert. So ist es wirklich ein schönes Festival. Du sollst ständig Amen sagen, das ist gar nicht mein Ding eigentlich, aber egal. Und dann nochmal kurz zum Salon, der nun auch nicht irgendeine Veranstaltung ist. Ganz offen und frei formuliert gefragt, was ist für dich der Comics-Salon? Was ist Erlang? Ja, ich hatte die große Freude, letztes Mal vom Tagesspiegel engagiert zu sein, als Embedded Journalist hier, also aus der Zeichnerperspektive wieder den Salon zu beschreiben. Und da hatte ich die Überschrift gewählt, das Schulantheim der Comicszene, weil es ebenso wie Micha das vorhin auch gesagt hat, ich habe ein bisschen mitgehört, man trifft sich halt. Also wenn ich jetzt allein meine Gringo-Kollegen nehme, die sehe ich halt wirklich nur alle zwei Jahre, weil wir aus dem ganzen Bundesgebiet sind. Holger, mein Verleger, sitzt in Esslingen bei Stuttgart und die anderen kommen sonst woher. Und das ist halt einfach echt immer der größte Spaß daran eigentlich, dass man sich sieht, dass man zusammen essen geht, ein paar Bier trinkt und so weiter. Aber natürlich auch dann die Messe mit den ganzen Signierstunden und so. Und das ist wirklich ein Fixstern, finde ich so. Fühlt sich irgendwie, man kommt ja her, und man atmet irgendwie eine andere Luft, als man sie sonst atmet. Und das ist eine Comic-Luft. So wie cool. Du kommst ja schon so am Hauptbahnhof an und überall wehen diese Banner und so. Das ist einfach cool. Und wir lassen uns offensichtlich die gute Laune auch nicht von ein paar Regentropfen vermiesen. Lieber Bela, vielen, 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 vielen Dank, dass du heute da gewesen bist und über einmal alles gesprochen hast, was relevant ist. Ich habe mich mega gefreut, dass du da warst. Und weiterhin natürlich viel Erfolg hier beim Comics-Salon mit den Büchern. Danke, wir haben einen großen Spaß. Bis dahin, tschüss. Ciao. Jetzt ist es gerade jemand, den kennen wir schon beim Tele-Stammtisch. Und ich habe mich gerade mit ihm über Konsum unterhalten. Mal gucken, in welche Richtung dieses Gespräch geht. Denn er ist nämlich eigentlich einer von den Leuten, die das alles selbst machen. Die einen Comic präsentieren, der sehr menschelnde Themen auch einfach zum Thema hat. Und ich habe es geschafft, diesen Comic, den es jetzt inzwischen endlich auch gedruckt gibt, zusammen mit meinen Kids in weiten Teilen zu lesen. Ich freue mich tatsächlich sehr auf das Gespräch. Hallo, ich bin der Andi. Und wer bist du? Hallo, ich bin der Markus Repp aus Aschaffenburg. Und ich bin der Autor und Zeichner von der Serie Tony & Charlie. Hi. Hallo. Wir kennen uns schon ein bisschen, Markus. Wir haben nämlich schon mal zusammen gesprochen über deine Arbeiten und was du so machst. Stimmt das? Das ist richtig. Wir waren vor zwei Jahren, war ich das erste Mal als Aussteller hier auf der Messe und hatte aber nicht viel zum Zeigen. Und das Feedback der Leute, die den Weg zu meinem Stand gefunden haben, war durchweg sehr positiv. Ich konnte auch Kunstdrucke von einzelnen Folgen anbieten, aber auf dem Comicsalon wollte man natürlich ein Album kaufen. Das hatte ich damals nicht. Und dieses Jahr habe ich das gemacht. Ich habe den ersten Band, 44 Folgen, 45 Seiten meiner Serie Tony & Charlie als Album, das nennt sich Dino und Donnerwetter, mitgebracht. Und ich verkaufe es sogar. Voll gut. Das heißt, in den letzten zwei Jahren ist das comittechnisch bei dir passiert. Du hast die Serie weitergemacht und dich um den Druck gekümmert. Ganz genau. Ich habe das Ganze im Selbstverlag herausgebracht. Das war ein Neuland für mich. Das hätte ich eigentlich lieber über einen Verlag gemacht, aber ich habe jetzt in der Zeit keinen Verlag gefunden, der das mit mir machen wollte. Also habe ich die Initiative ergriffen, habe mich reingearbeitet in Software-Tools, die ich bisher noch nicht genutzt habe, um eben für eine Druckerei, eine Druckvorlage zu erstellen. Ich habe mir eine Druckerei rausgesucht. Mir war wichtig, dass sie in der Nähe ist, einfach um die Papierauswahl vor Ort zu treffen, um auch mit den Leuten zu sprechen, ein bisschen Wissen, ein bisschen Know-how abzugreifen, was ich brauche, um eine Druckvorlage zu liefern. Das hat mich auch drei Monate lang beschäftigt. Ich habe das begonnen im Januar. Es gibt andere Comiczeichner, die das schon mal gemacht haben im Selbstverlag. Mit denen hatte ich Telefonate geführt. Die haben mich da ein bisschen gecoacht und das hat dann ausgereicht, um im Lauf bis Ende März die Druckvorlage abzuliefern. Und vier Wochen später konnte ich dann die Exemplare selbst abholen. Das war ein erhebendes Gefühl. Mir war es wichtig, dass der Comic Wertig sich anfasst. Ich bin vom Stil her franco-belgisch verhaftet. Deswegen, ich wollte sowas von der Qualität, von der Anmutung her wie ein Asterix oder wie ein Spiruband. Und du sagst mir jetzt, ob mir das auch gelungen ist. Ja, tatsächlich gibt es da natürlich optisch eine gewisse Inspiration, kann ich da auf jeden Fall rausinterpretieren. Jetzt machst du es thematisch ja ganz anders. Du erzählst dir hier keine Geschichte auf vielen Seiten am Stück, sondern es ist immer so im Regelfall eine, manchmal auch mehrere Seiten, aber nicht viel mehr Seiten, in denen du Dinge erzählst. Das heißt, du gehst ja auch ganz anders ran. Was ich mich gefragt habe, die Kids, die werden doch auch älter. Das heißt, die Inspiration für deine Geschichten ist vielleicht auch eine andere. Wären die Protagonisten denn auch mal älter in der Serie? Als ich die Serie 2016 gestartet habe, habe ich mich das gefragt, weil, also, die Inspiration kommt von meinen beiden eigenen Töchtern. Die waren damals vier und sieben Jahre alt und so alt sind auch Tony und Charlie in dem Comic. Und ich habe mich gefragt, wie wird denn das mal werden später, wenn ich die Jahre lang zeichne. Es gibt nur sehr wenige Comics, Comicserien, wo die Protagonisten gealtert sind. In der Regel sind die immer jung, behalten das Alter. Aufgrund eines, der Tatsache, dass ich meinen Zeichenstil einfach in der Zeit, wo ich das zeichne, geändert habe, sind die Figuren unweigerlich etwas gealtert, glaube ich. Ich finde, sie sind aber positiv, haben sie sich entwickelt, vom Zeichenstil und an irgendeinem Punkt habe ich festgestellt, dass die ursprüngliche Idee für meinen, der ursprüngliche Plot für die Geschichte war, zwei Mädels, die ihren Vater permanent zur Weißglut bringen. Das ging auch ganz gut und ich habe irgendwann gemerkt, ich kann viel mehr erzählen. Ich muss nicht immer begründen, warum, wenn ich die Kinder ins Reich ihrer Fantasie schicke und das mache ich sehr gerne. Ich schicke Tony und Charlie ins Land, wo es Dinosaurier gibt. Ich schicke Tony und Charlie auf eine Schatzinsel. Es geht mal um Yoga, es geht mal um Mikroplastik, also auch aktuelle Themen. Den Welterdtag, nee, den Erdüberlastungstag ist auch eine Folge, der immer früher kommt und da schicke ich die beiden in einem Karton, wer an Calvin Hobbes denkt, der wird verstehen, was ich meine, im Weltall. Und dadurch, dass das im Reich ihrer Fantasie passiert, ich festgestellt, ich kann viel bessere Geschichten erzählen, also ich bin nicht auf die Logik unbedingt angewiesen, warum die das jetzt können, warum können die denn mit einem Karton durchs Weltall reisen, das geht ja gar nicht, da ist ja keine Luft, das sind alles Sachen, die kann ich unter den Tisch fallen lassen. Und ich erzähle das als Einseiter, ich erzähle das als Einseiter, weil ich ursprünglich das in der Zeitung einmal im Monat bei uns in Aschaffenburg publiziert habe und das ist auch der Stil, der mir gefällt, ich mag es nicht überlang. Das, was viele Verlage möchten, sind eben Graphic Novels und das ist nicht mein Bereich, da sehe ich mich nicht. Das heißt, du hattest ja auch durchaus Versuche angestrebt, den in einem Verlag zu positionieren, davon bist du wieder abgerückt. Das ist der Hauptgrund eigentlich meine Art Geschichten zu erzählen, die deutschen Verlage trauen sich nicht an Einseiter, weil sie mir sagen, Einseiter, Herr Repp, das funktioniert in Deutschland nicht. Gaston. Ja, auch Asterix und Obelix sind ursprünglich ja mal im Pilot als Einseiter oder als Zweiseiter erschienen. Ganz genau. Es gibt schon Experimente, aber die sind jetzt scheinbar eher so die Ausnahme. Ja, aber das gehört halt eine Risikobereitschaft dazu seitens der Verlage und ich will jetzt die nicht schlecht machen. Die gucken natürlich auch aufs Geld, dass sich das Ganze lohnt bei denen, aber da ist nicht viel Spielraum, dann auch mal ein Wagnis einzugehen. Wenn sie das tun, dann möchten sie im Vorfeld doch recht sicher sein, dass das Wagnis kein so großes Wagnis gibt. Verstehe. Du hast im Vorgespräch gemeint, du wärst gar kein guter Marketing, also nicht so gut als im Selbstmarketing. Was du trotzdem gemacht hast, ist es mich via LinkedIn anzuschreiben, Plattform, die ich ja für mich selbst erst seit geraumer Zeit entdecke. Normalerweise trifft man, also oftmals trifft man Artists auch aus der Comic-Bubble, vor allem auf Insta und Co. Wie relevant ist für dich diese Plattform LinkedIn als Comic-Künstler, als Illustrator? Der Unterschied zwischen LinkedIn und Instagram. Also Instagram, man findet mich auf Instagram, man findet mich auf LinkedIn. Instagram habe ich mehr Follower. Es wird aber konsumiert wie Fastfood. LinkedIn bietet mir Kontakte auf einer anderen Ebene. Es ist dann doch eher der Kontakt zu Illustratoren-Kollegen zum einen und auch Kontakt zu potenziellen Kunden, weil natürlich auch viele Firmen dort präsent sind. Ich versuche mit Hashtags mich bei denen auch mal in die Timeline einzumogeln. und es ist sehr viel ernsthafter. Es gibt nicht so viel, also auf LinkedIn einen Shitstorm zu entfesseln, das ist mir noch nicht gelungen. Bei Instagram bin ich doch mittlerweile etwas vorsichtig, wie man die Sprache wählt und keine falsche Assoziation. Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Ja, okay. Das heißt also tatsächlich eher so das kollegiale soziale Umfeld und weniger so diese Mainstream-Gefallkraft. Richtig. Und auch den Auftrag, den ich jetzt für die nächsten zwei Monate bekommen habe, einen großen Auftrag, wo eine Firma einen mehrseitigen Comic bei mir gestellt hat, an, Dankeschön, anlässlich eines Firmenjubiläums, ist über LinkedIn haben die mich gefunden. Also LinkedIn wird für mich wichtiger zur Generierung von Geschäft. Wie wichtig ist für dich sowas wie der Comicsalon Erlangen? Eine Veranstaltung, bei der ja viele Menschen sind. Ich habe schon das Gefühl, dass hier aber auch ein Fachpublikum kommt und im Vergleich zum Beispiel sowas wie eine Dokomie, wo du, ich habe das Wort Fischbüchse in dem Zusammenhang gehört, einfach gequetscht mit hunderten anderen, in dem Fall halt Mangaka, in einem großen Raum sitzt, ist doch der Salon immer noch irgendwie ein bisschen was anderes. Obwohl hier viele Leute sind, erzähl mal, wie wichtig ist für dich der Comicsalon als Comic-Artist? Ich hatte mir Ende letzten Jahres hatte ich mir die Anmeldung zum Comicsalon geholt. Der Comicsalon in Erlangen findet alle zwei Jahre statt. Dadurch, dass ich vor zwei Jahren sehr gutes Feedback bekommen habe, war es mir, war es mein Wunsch dort wieder in Erscheinung zu treten und wieder einen eigenen Stand zu haben. Aber mit dem Learning von vor zwei Jahren, dass ich mit Kunstdrucken halt ein bisschen Schulterklopfen erreicht habe, aber letzten Endes mir nicht mal das Benzin herausgewirtschaftet habe für die kurze, für die zwei Stunden von Aschaffenburg hierher, war mir klar, wollte ich nicht gehen, wenn ich diesmal keinen besseren Plan habe. Und der bessere Plan war tatsächlich, ich gehe jetzt den Selbstverlag an. Ich weiß nicht, was auf mich wartet. Ich weiß nicht, wie viel Arbeit es ist. Die Folgen existierten, das war nicht mein Problem. Aber sie sind eben auf Zeitungspapier veröffentlicht worden und das hat eine ganz andere Qualität als so ein Asterix-Album. Ich habe niemanden Fachmännisches gehabt vom Verlag, der mir gesagt hat, wenn du das jetzt überarbeitest, die Farbe, die Kontraste und so weiter, achte darauf, darauf, darauf. Man neigt dazu, dann bis ins Pixel rein zu zoomen und wirklich jedes bisschen weiß dann noch wegzumachen. Und also das war, wenn meine große Unbekannte will ich mir das antun. Und ich habe die Unterstützung auch gehabt, die seelische und moralische Unterstützung von meiner Familie, mach das. Und dann habe ich die Fühler ausgestreckt, die ersten Telefonate mit Kollegen gehabt, die das schon mal gemacht haben, um mich so ein bisschen in die richtige Richtung schubsen zu lassen. Ich habe dann entschieden, okay, ich komme zum Comic-Salon eher langweilig, es mir zutraue, dieses Album in dieser Zeit auch zu fertigzustellen und gedruckt mitzubringen. Und das war eine Arbeit von drei Monaten, 250 Stunden, wenn man es genau wissen will. Ich tracke meine Zeit, ich bin Excel-Fetischist. Und ja, und das steckt in dem Band und das Ergebnis hat mich sehr zufrieden gemacht und auch das Feedback von gestern, was ich hatte, am Stand war durchweg positiv. Es ist nicht jedermals Geschmack, aber... Okay, aber das Publikum kommt und identifiziert sich vielleicht sogar ein Stück weit mit den Inhalten, die du da präsentierst. Im besten Fall, ja. Welche, die du dann auch führst an dem Stand? Eines Kindes, meine Tochter, die mag auch Dinosaurier. Ja, da sind tatsächlich welche gestern am Stand vorbeigelaufen. Eine Familie, die hat genauso reagiert. Vater nahm das Heft in die Hand und hat, hier guck mal, zu seiner Frau gesagt, so mit dem Ellenbogen angebufft und den Kindern auch gezeigt und schau mal hier. Und das ist so, dass wie es ja auch von mir idealerweise gewünscht wird. Also es spricht alle an. Die Kinder, die freuen sich darüber, dass der Vater in der Regel nicht gewinnt. die Erwachsenen, die ein Faible haben für Ironie, die da immer mitspielt. Das ist einfach meine Art von Humor. Nie laut, gerne leise und zwischen den Zeilen. Und es spricht aber auch interessanterweise Katzenliebhaber an. Es kam jemand zum Stand, der hat da drin geplättert und ich habe ihn dann angesprochen, verkaufsfördernd und gefällt es Ihnen? Haben Sie Kinder? Nee, ich habe nur Katzen. Sag ich, hm. Dachte so bei mir, naja, nicht so meine Zielgruppe und dachte dann aber, naja, wenn Sie Katzen haben, das ist ja manchmal ein bisschen auch wie mit Kindern. Also die nerven dann immer, ihr Herrchen dann auch, weil sie dann die nächste Dose KitKat aufgemacht haben wollen oder so. Dann sagt er so, ja, das hast du sinniert, hat weitergeblättert und dachte, ich möchte es, möchten Sie es kaufen? Ich signiere Ihnen das auch. Gibt auch noch mal Zeichnungen rein. Ob ja. Und der hat das dann tatsächlich gekauft, ohne Kinder, was ja eigentlich Familien mit Kindern so die Kernzielgruppe wäre mit Katzen. Ich habe heute einen zweiten Katzenliebe gehabt. Der kommt heute Abend auch vorbei und holt sich auch ein Exemplar noch. Merkst du, man muss Katzenprints machen. Einfach ganz viele Katzen rausdrucken in großem Prosterformat und dann geht es los. Ja, es gibt ja schon gar viel. Das ist mir zu sehr. Es gibt doch der, sehr bedienter, mehr braucht man ja nicht als den orangenen Typen mit dem langen Schwanz. Wie sieht es aus? Du bist ja hier in Halle D. Ich bin in Halle D? Halle D ist so eine Halle, die gab es ja noch nicht vorher und Halle D, da habe ich ja gedacht, ey, die kotzen noch alle im Strahl. Das ist doch weit weg. Ich muss irgendwie so eine komische Treppe hoch und so. Aber dann habe ich gehört, die sind alle dann doch zufrieden. Also okay, die Verkaufszahlen, die sind unterschiedlich, je nachdem, wie man fragt, aber es kommen schon richtig auch Leute da hoch und da ist auch Full House zeitweise. Wie sind deine Eindrücke von der Halle D? Die Halle D ist im Vergleich deutlich kühler als das Zelt vor zwei Jahren. Da hatten wir einen heißen Sommer mit 33 Grad im Zelt. Das war fürchterlich heiß. Dieses Jahr sind wir in einem historischen Bauwerk. Das ist toll. Ich bin nicht so glücklich mit der Lage. Ich wusste, wo das Gebäude ist. Ich habe vor ein paar Jahren mal dort in einem Vortrag teilgenommen im Rahmen des Comics-Salons und ich wusste, wo das ist. Und es ist aus meiner Sicht, und das werde ich auch den Organisationsteam zurückspiegeln, sehr schlecht ausgeschildert. Also es ist auf dem Plan, aber wenn man durch die Stadt geht, wird man nicht darauf hingewiesen. Man muss dann wirklich mehrfach den Plan konsultieren. Okay, hier gehe ich links von Halle A, nächste Straße rechts rein, ganz bis ans Ende. Dann stehe ich vor einem ockerfarbenen Haus. Da ist ein winziges Fähnchen und wenn ich ins Haus mich reintraue, gibt es dann nur noch einmal einen weiteren Aufsteller. Das heißt, ich würde mir wünschen als Aussteller, dass das besser beschildert wäre, wie man zu Halle D kommt. Ansonsten, ja, das finden sich Leute hin. Es könnten aber mehr sein, wenn man das vergleicht mit Halle D, äh, Halle C, wo auch kleine Aussteller sind, sind wieder im Schlossgarten. Die haben eine knackevolle Hütte gestern gehabt. Hier eher so, das Gedränge, man konnte immer noch gut durchgehen. Okay. Dann vielen Dank auch noch mal für die Darstellung da von deinen Eindrücken, wie das in Halle D so läuft. Ich denke trotzdem und hoffe vor allem, dass es noch einige Leute gibt, die sich auch für Toni und Charlie den ersten von dir selbst gedruckten Band begeistern können und würde mich freuen, wenn du da noch ein bisschen Spaß hier beim Comicsalon in Erlangen haben wirst. Lieber Markus, vielen Dank. Vielen Dank, Andi. Vielen Dank, dass ich hier sein konnte und dir auch eine gute Zeit hier in Erlangen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ich habe überlegt, ob ich das folgende Gespräch irgendwie so anmoderiere und irgendwas von Sexy Time erzähle und erzähle, dass wir hier jetzt über einen Comic reden, da geht es um Sex und Erotik und super geil alles und so, aber ehrlich gesagt glaube ich, das wird dem Comic Kinkerlitzchen erschienen beim Splitter Verlag in keinster Weise gerecht. Denn ich glaube, dieser Comic, der hat tatsächlich ganz viele Ebenen und so viel schon mal gespoilt, auch Ebenen, die ich gar nicht so wahrnehmen kann, aber die meine Frau zum Beispiel sehr wohl wahrnehmen kann, weil sie einfach mit einer anderen Perspektive auf diese Geschichte gucken würde. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Er ist Autor zusammen mit der Szenaristin und Zeichnerin dieses Buches, die heute leider nicht da sein kann, die man aber kennt, wenn man schon mal auf einer Comic-Messe war, denn Kinky Carrot ist überall und man kann hier auf diversen Plattformen folgen. Wir werden uns heute unterhalten über Comics und aber auch über Erotik und über die Darstellung von Erotik in Comics. Hallo, ich bin der Andi und wer bist du? Hallo, ich bin Jan Kregel, Comic-Autor. Hallo Jan, Comic-Autor. Erzähl doch mal, stell dich mal ein bisschen vor, falls es jemanden geben sollte, der dich noch nicht kennt, was machst du eigentlich so für Comics? Ja, ich habe verschiedenste Comics gemacht, angefangen mit Kurzgeschichten bei Hammerharte Horror-Schocker, war bei Die Toten, bei Zwerchfell dabei und bin dann irgendwann auf die Comic-Adaptionen von Romanen gekommen. Da habe ich diverse Romane adaptiert, die meisten von Kai Meier, viele davon im Spitter Verlag, aber auch von Markus Heitz, Die Zwerge, habe ich an der Comic-Fassung mitgearbeitet und mache aber nebenher natürlich noch andere Projekte, wie jetzt eben das neue Kinkerlitzchen mit Marisan. Und du bist es also durchaus gewohnt, wenn man so will, die Textebene dieser Comics dann zu erstellen. Jetzt ist das aber so und das ist glaube ich auch bei Kinkerlitzchen der Fall, dass die ursprüngliche Intention, die ursprüngliche Idee vermutlich ja nicht von dir kam, sondern du, zum Beispiel das Dialog-Ding könnte ich mir vorstellen, dass du da verantwortlich bist. Was konkret ist denn jetzt, wenn wir uns mal auf Kinkerlitzchen konzentrieren wollen, deine Aufgabe als Autor gewesen? Als Marie mich zu dem Projekt dazugeholt hat, stand schon das Grundkonzept. Sie hatte schon die Charaktere entwickelt und erste One-Pager geschrieben und auch ein, zwei kürzere Sequenzen, wollte aber noch mit jemandem zusammenarbeiten, um das Ganze in eine Form zu bringen. Und hat er mich angesprochen, weil wir schon an der Roman-Adaption für Spitter zusammengearbeitet hatten, in dem Fall Frostfeuer. Da war sie auch beteiligt? Ja, von Teil Meister hat sie gezeichnet. Da erkannten wir uns und da hat sie eben bei mir angefragt, ob ich mir vorstellen könnte, bei Kinkerlitzchen damals noch einem namenslosen Projekt zusammenzuarbeiten. Hat mir die bestehenden Sachen geschickt und ihre Ideen und es hat mich interessiert, was auch was vollkommen Neues war, sowohl von Thematik her, als auch mal wieder ein lustiges Comic zu machen, ohne Action-Sequenzen, aber mit coolen Dialogen. Auch für eine andere Zielgruppe? Wahrscheinlich auch für eine andere Zielgruppe teilweise. Ja, ja. Ich bin mir sicher, es gibt eine Schneidung zwischen den Zielgruppen, aber... Man kann dir mal kurz erklären, was Kinkerlitzchen ist. Also soweit ich das verstanden habe, er ist grundsätzlich ein erotischer Comic, wir sehen das direkt auf dem Cover schon, da ist eine junge Frau zu sehen in verschiedenen irgendwie mal erotisch gemeinten Outfits und sie, das ganze Comic erscheint, ist das richtig, bei diesem Splitter-Nackt-Imprint von Splitter oder nicht? Ja, es erscheint bei Splitter, dieses Splitter-Nackt ist kein offizielles Label, das auf dem Comic draufsteht, aber... Es gibt es doch, die haben doch so ein eigenes Imprint auch dafür. Haben die nicht irgendwie sowas gegründet? So eine Erotik-Schiene? Nee, was ich weiß, ist kein wirklicher Imprint, ist nur so ein gedachter Imprint. Ach ja, okay, okay, verstehe. Denn man muss vielleicht auch mal die Marie mal kurz vorstellen, von der scheinbar die Inspiration kam und die ursprüngliche Idee und so. Vielleicht mal mit deinen Worten, wer ist eigentlich Marie und wer ist Kinky Carrot? Und Kinky Carrot ist das Projekt von Marie, um eben, ja, Illustrationen und kurze Comics mit Sex-Positiven und auch, ja, Sex-Education-Inhalten zu machen. Mhm. Und da ist sie sehr unterwegs. Sie präsentiert sich auch selbst, glaube ich, auch als Model vor der Kamera und macht Dinge auch, die man irgendwie erwerben kann. Kalenderform oder was habe ich gesehen. Stimmt das? Da bin ich jetzt gerade nicht so... Okay. Ich kenne Illustrationen. Ja, verstehe. Also sie ist auf jeden Fall auffällig gewesen mit immer schon sehr, auch recht expliziten Darstellungen, verschiedene, ja, Sex-Positiven, ja, einfach auch Szenen tatsächlich von Menschen, alle Geschlechter, Hautfarben und, ähm, echten Menschen halt. Und dann gab es irgendwann, glaube ich, aber auch ein Ende, eine Änderung ihrer Stilistik. Sie war ursprünglich eher ein bisschen naturalistischer unterwegs und inzwischen ist es leicht etwas cartooniger geworden, aber auch wieder sehr mit einem hohen Wiedererkennungswert. Erzähl doch mal von deiner Warte aus. Du hast schon gemeint, das ist ein bisschen humoristisch. Was ist Kinkerlitzchen und worum geht's? Ja, in Kinkerlitzchen geht's um Lizzie, die gerade eben große Veränderungen in ihrem Leben durchmacht, eine neue Stadt sieht, kurz davor ist ihr Studium zu beginnen und dann eben auch anfängt, äh, ja, ähm, ihre eigene Sexualität zu entdecken, da neue Dinge kennenzulernen, neue Leute kennenzulernen und, äh, ja, wir begleiten sie eben im Comics ein bisschen auf dieser Entdeckungsreise. Und Entdeckungsreise heißt, sie selbst ist, ähm, es geht ja tatsächlich, es steuert ja immer auf eine, auf eine erotische Szene hin. Also ich würde sagen, wir haben verschiedene Abschnitte im Comic, die wir dann, wo wir dann einfach ihr Leben kennenlernen, die Menschen mit dieser 200 verschiedene Orte und das Ganze quasi, der Höhepunkt im wahrsten Sinne des Wortes ist dann im Regelfall eine meist auch recht explizite Sexszene. Ist das so? Bei manchen Abschnitten ja. Also am Anfang geht es eben darum, dass sie auf diesem Gebiet wenig Erfahrung hat und dann das erste Mal einen Sexshop besucht, das erste Mal Online-Dating über irgendwelche Apps ausprobiert und da eben, ja, die Höhen und Tiefen durchlebt. Mhm. Und, äh, gegen Ende geht es auch immer ein bisschen mehr in eben ihre Perspektive, was will sie eigentlich machen mit ihrem Studium, mit ihrem Leben und mit Beziehungen. Worin bestand für dich die Herausforderung, das dann auch mit zu begleiten, hier mitzuarbeiten am Projekt? Wir reden über eine junge Frau, die sich selbst entdeckt und sorry, aber du und ich, wir sind keine junge Frau, die sich gerade selbst entdeckt. Nee. Wie bist du da rangegangen? Ja, das war eine der schwierigsten Teile für mich an diesem Comic, weil es eben absolut nicht meine Perspektive ist. Deshalb habe ich da eben auch viel mit Marie drüber geredet, auf Marie gehört, was da ihre Sicht auf die Sache ist, die Themen, die wichtig sind für das Comic und sie hat natürlich über alles, was ich geschrieben habe, drüber gelesen, bevor sie es umgesetzt hat. Um eben zu gucken, dass das passt. Okay. Und wie lange habt ihr jetzt dann gearbeitet zusammen? Wir haben knapp zwei Jahre an dem Projekt gearbeitet. Okay. Und ihr kattet euch schon lange, wie sah denn der Prozess aus? Wie hat ihr das gemacht? Du hast mit ihr gesprochen, hat sie denn immer schon ein Skript vorgelegt, schon irgendwelche Scribbles, schon irgendwelche Ideen und hier, wie kann ich die Idee jetzt in den Comic einbauen? Wie sah das aus, die Zusammenarbeit? Also anfangs habe ich erstmal eine längere Sequenz und ein paar One-Pager gescriptet um einfach reinzufinden, zu gucken, ob ich mit den Charakteren und der Thematik klarkomme. Und dann haben wir uns überlegt, wie soll der gesamte Storybogen aussehen? Was wollen wir für eine Geschichte erzählen? Und haben dann angefangen, die einzelnen Szenen zu entwickeln, um eben diese Geschichte zu erzählen. Haben darüber gesprochen, was ist die nächste Szene im Comic und was geht es da thematisch? Und dann habe ich ein Skript geschrieben und ihr durchgeschickt. Und dann haben wir manchmal drüber geredet, manchmal hat es gleich funktioniert, manchmal waren noch ein paar Punkte, die wir geändert haben. Und ja, das war so die Zusammenarbeit. Also es war sehr kollaborativ einfach, dass da viel drüber geredet wurde auch. Habt ihr viel voneinander gelernt, auch so wirklich inhaltlich, also Perspektivwechsel auf Sexualität zum Beispiel. Ihr musstet doch bestimmt sehr viel über Sex und über das Frauenbild und über das Männerbild und Umgang mit Körpern und so reden. Hast du da viel gelernt in der Zusammenarbeit? Ja, ich denke schon. Es waren einfach ein paar Themen, die auch für mich neu waren, die ich erstmal reinfinden musste und drüber nachdenken vor allem. Diese Sexpositivity, das ist auf jeden Fall eine Sache, die man hier deutlich betonen muss. Das ist trotz der Explizität der Seiten, die wir dann teilweise haben. Ich meine, wir sind in einem Sexshop, wir sehen eben Menschen auch beim Geschlechtsverkehr und bei anderen Sachen. Sie, unsere Protagonistin, entdeckt sich auch selbst in verschiedenen Aspekten. Das ist was, das sieht man so oft nicht und es kommt aber in hellen Farben daher. Es ist, soweit ich das sehen kann, nicht schmuddelig. War das auch ein Ansatz, wie seid ihr rangegangen, die Sexpositivity darzustellen? Ja, das war auf jeden Fall ein Ansatz, schon allein durch Maries Zeichnung. Natürlich Farben ist klar, dass das Ganze einen positiven Vibe hat. Und da ging es uns vor allem darum, dass wir Sachen wie Kommunikation und Consent einfach ganz klar in den Fokus rücken, um auch über diese, ja, ein bisschen kinky Sexpraktiken reden zu können, ohne dass es eben schmuddelig wirkt. Eine Normalität letztlich dann dadurch auch irgendwie herzustellen. Das ist schon auch eine besondere Sache. Ich muss sagen, und das ist jetzt so ein bisschen ein Geständnis, ich habe mich ein bisschen schwer getan mit der Lektüre, weil ich halte mich tatsächlich für recht aufgeklärt, auch sexuell und so. Ich muss aber sagen, ich konnte ein bisschen die Naivität, mit der unsere Protagonistin in den Comics startet. Da habe ich mich schwer getan mit. Ich kann das immer nicht so nachvollziehen, wie man so, also ich kann verstehen, wenn man ein konservatives Bild hat, warum auch immer, aber ich kann nicht verstehen, wie man sich noch so gar nicht, über sich selbst zum Beispiel auch Gedanken gemacht hat. Dann habe ich aber meiner Frau von dem Comic erzählt und habe dir so ein paar Seiten gezeigt und die war der Meinung, Andi, ja, das liegt einfach daran, dass du ein alter weißer Mann bist quasi. Das ist dein Problem an der Sache. Für uns als Frauen ist das etwas, das kann, gerade wenn du vielleicht noch jung bist und in einer Entdeckungsphase auch noch miterlebst, kann das genau der Comic sein, den du brauchst in dem Moment. Und das fand ich spannend. Ist es ein Comic, der vom Publikum ganz unterschiedlich wahrgenommen wird, wie sieht das Feedback vom Publikum aus? Ich muss sagen, dass ich noch nicht allzu viel Feedback direkt vom Publikum bekommen habe. Also Comics sind jetzt ein paar Wochen draußen und jetzt der Comics-Salon ist die erste Messe, auf der ich auch wirklich mal Käufer des Comics sehe. Ja. Deshalb habe ich noch nicht so viel Feedback bekommen, aber Marie hat auch schon ein bisschen Feedback bekommen. Also es gibt für mich Leute, die den Comic aus ja auch unterschiedlichen Beweggründen kaufen, einen anderen Blick auf die ganze Sache haben. Das hier ist, ich benutze das Wort jetzt ungern, aber das ist keine Wix-Vorlage. Das ist viel zu gut und das ist halt auch einfach, wie gesagt, es geht schon darum, deine Geschichte zu erzählen und vor allem die Figuren kennenzulernen. Ich benutze ständig das Wort, es menschelt, aber das tut sie halt wirklich und zwar auch in demsten Sinne. Das funktioniert super. Wie war denn eigentlich Zusammenarbeit mit dem Verlag? Haben die nochmal so ein bisschen was gesagt? Haben die vielleicht auch mal Feedback gegeben? Haben die vielleicht auch Dinge nicht gewollt, die ihr ursprünglich im Comic wolltet? Also es war so, dass wir den Comic entwickelt haben, ohne erstmal einen Verlag zu haben und dann erst im letzten Jahr einen Pitch zusammengestellt haben, mit dem Marie dann auf die Verlage zugegangen ist. Und jetzt bei Splitter wurde uns ja eigentlich wenig Vorgaben gemacht. Es gab ein, zwei Sachen, wo wir darüber geredet haben, aber es gab eigentlich keine inhaltlichen Vorgaben vom Verlag und da ist alles durchgegangen. Okay, alles ist optimal. Gute Jungs. Denn ihr seid hier tatsächlich auch mit Splitter unterwegs. Das heißt, ihr habt hier Signierstunden. Ich habe euch gestern schon vor langen Schlangen stehen sehen. Jetzt war ihr dann da an diesem, auch so ein bisschen, ihr sitzt auf so Barhockern, alles ein bisschen höher. Man könnte sagen, ihr schaut aufs Publikum herab, aber ich würde das nie so formulieren. Wie laufen die Signierstunden? Die Signierstunden laufen aus meiner Sicht als Autor ganz gut, aber ich habe da auch nicht allzu viel zu tun. Ich kann schnell meinen Namen ins Buch schreiben, mitsignieren, aber Marie ist natürlich viel, viel mehr beschäftigt mit dem Zeichnen, was auch immer ein bisschen Zeit braucht und die Frage, wie viel Qualität will man abliefern, kann man abliefern, ohne dass man jetzt Leute nach Hause schicken muss. Manchmal muss man eben auch die Schlange abschneiden, weil wenn 13 Leute anstehen, alle eine Zeichnung haben wollen. Sagen wir das vorbei. Läuft das nur so ein Würfelsystem oder First Come, First Surf? Wie läuft das? Bisher kein Würfelsystem, ist First Come, First Surf. Wir hatten so, dass bei der ersten Stunde, ersten Signierstunde gestern schon jemand eben anstand, der keine Zeichnung mehr gekriegt hat, aber dann praktisch ein Gutschein, dass er bei der nächsten Signierstunde gleich als Zweiter drankommt oder als Erster. Okay, das ist doch ganz süß, das ist ja purzig, dass die Leute sich da so in den Punkt machen. Ja geil, er ist aktuell erschienen, der kommt auch in zwei Auflagen daher, richtig? Also Versionen quasi? Ja, es gibt eine normale Version in Anführungszeichen und die Vorzugsausgabe, die limitierte, da sind nochmal ein paar Seiten mehr drin, das sind diese One-Pager und noch ein Kunstdruck. Okay, ja sehr gut, Mensch, lieber Jan, dann danke ich dir auch vielmals dafür, dass du heute hier gewesen bist beim Gespräch hier und vor allem mal ein bisschen mit uns über Kinkerlitzchen gesprochen hast. Ich danke dir vielmals und wünsche weiterhin viel Erfolg hier beim Comicsalon. Danke dir, die Sierendurfte und auch weiterhin viel Erfolg. Bis dahin, tschüss, ciao. Nun unterhalte ich mich mit einer Person, die ich hier noch gar nicht zu Gast hatte. Ich freue mich trotzdem sehr auf das Gespräch oder eben auch erst recht, denn er hat einen Manga veröffentlicht, der inzwischen seit ein paar Monaten draußen ist und ich habe den Eindruck, das Ding ist durch die Decke gegangen as fuck. Ständig höre ich auf Social Media von Jovan Tore, erschienen beim Egmont Manga Verlag und das ist so ein Ding, also es ist vor allem auch erstmal fucking wunderschön, machen wir uns nichts vor. Ich freue mich mega, dass er da ist. Hallo, ich bin der Andi und wer bist du? Hallo, ich bin der Daniel. Hallo Daniel. Wir kennen uns noch gar nicht, aber vielleicht kannst du mal ein bisschen von dir erzählen. Wer bist du? Du bist ein Manga-Kar, das habe ich schon mitgekriegt, aber seit wann machst du Manga und vor allem warum? Das hat bei mir schon ganz am Anfang angefangen, also zeichnen tue ich sowieso hobbymäßig immer schon ein bisschen länger, aber nach der Kunsthochschule dann irgendwie war so die Frage, mache ich jetzt auch was mit Kunst oder mache ich was, mit dem ich auch Geld verdienen kann und dann wollte ich erstmal halt Autolackierer und habe halt die Lehre hier in Deutschland angefangen. Also ich bin dann von Österreich nach Deutschland gezogen, weil Österreich, da bin ich halt geboren, da komme ich her und ja, dann gingst du zehn Jahre ungefähr in der Lackiererei dahin und irgendwann kam halt dann nochmal so der Kindheitswunsch hoch. Ja, du lest doch schon ewig Manga und guckst Comics und alles. Du willst doch sowas selbst jetzt auch endlich mal machen, weil eigentlich zeichnerisch wärst du schon so weit und du wirst ja auch nicht mehr jünger und irgendwann musst du halt dann mal. Genau, und so ging das los. Und bist du jetzt volles roher Manga-Kar, beruflich? Also ja, ich zeichne halt vier Tage die Woche und lackiere aber immer noch einen Tag, also damit ich halt irgendwie noch sozial versichert bin und auch ganz bisschen Renten als ich glaube, aber eigentlich ist es halt nur so, ja, dass man noch so ein bisschen im System bleibt. Ja, cool. Das ist tatsächlich so ein bisschen Eindruck, den ich auch habe im Norden der letzten Jahre, die ganzen Manga-Kar, die ich interviewt habe, sei es eben jetzt auch meinetwegen die Kolleginnen und Kollegen von dir bei Manga, die da auch tolle Manga veröffentlichen, aber insbesondere jetzt auch meinetwegen Ultraverse oder so. Das ist schon so ein bisschen Crunch, ne? Die müssen schon, ihr müsst auch richtig, richtig, also viel, viel Zeit in diese Arbeit stecken, damit da am Ende jede Menge geiler Scheiß rauskommt, oder? Genau, ja, bei mir ist auf jeden Fall wirklich sehr, sehr viel Zeit. Also bei Jovan Tore habe ich ja drei Jahre lang dran geschraubt und eigentlich, also hörst du vom Verlag, ja, du sollst halt höchstens ein Jahr brauchen für so ein Manga-Band. Der muss zwar jetzt nicht 300 Seiten haben, der kann dann auch irgendwie 160 Seiten oder so haben, aber wenn du eigentlich so ein bisschen auf das Finanzielle guckst, dann solltest du keine drei Jahre brauchen, eigentlich. Und Jovan Tore ist ja nicht nur unfassbar lang, es ist ja vor allem auch so ein Manga, bei dem ich den Eindruck habe, dass du an Details ja gar nicht genug kriegen konntest. Das ist ja also, das sieht sehr aufwendig aus und das ist was Besonderes, das gibt es im Manga nämlich nicht selbstverständlich, diesen Detailaufwand. Du hast drei Jahre lang jetzt an diesen Seiten gesessen, richtig? Genau, ja, ja. Und deine Stylistik ist so detailverliebt, warum eigentlich? Also das habe ich irgendwie schon seit meiner Kindheit irgendwie in mir drin, weil mir damals auch so die Wimmelbilder schon gut gefallen haben. Da war gar kein Text dabei, einfach nur, du konntest dir das Bild stundenlang angucken, weil es immer wieder was Neues da drin zum Sehen gab und ich habe dann auch quasi meine eigenen Bilder immer so kleine Geschichten versteckt und das fand ich halt mega interessant oder auch von den lustigen Taschenbüchern und da gab es auch die Mickey-Maus-Geschichten und so und da war ein Zeichner dabei, ich wüsste jetzt nicht, ich war halt Kind, wer das war, aber der hat so detailliert gezeichnet und das waren die Geschichten, die habe ich mir halt öfter durchgelesen als einmal und dann halt wieder weg und ich glaube, das war auch so der Grund, warum ich halt dann auch so was ähnliches machen wollte, damit man halt Giovantore, wenn man es einmal gelesen hat, dann auch nach, weiß ich nicht, einem halben Jahr, Jahr nochmal Lust hat, das auch wieder aus dem Regal zu holen und nochmal durchzulesen, vielleicht entdeckt man dann wieder neue Sachen da drin. Dieser Wimmelbildvergleich, der passt ja wirklich wie die Faust aufs Auge, das ist genau das Ding, egal welche der auch vielen Action-Szenen ich ja vor mir habe, da gibt es so viel zu entdecken, auch allein wenn ich so Stadtbilder habe oder so Explosionen, was auch immer für Dinge da zu sehen sind, das ist wirklich ganz extrem toll. Jetzt haben wir schon den dritten und den vierten Schritt vom ersten gemacht, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, wovon Giovantore eigentlich handelt und was ist überhaupt ein Giovantore? Gerne mal mit deinen Worten, wovon handelt Giovantore? Ja, wenn man Giovantore googelt, dann wird man quasi nichts finden, weil das halt so ein bisschen ein erfundenes Wort von mir ist und das soll so, ja insgesamt ist halt ein düsteres Werk und das soll auch so eine düstere Stimmung vermitteln, das Wort und es beschreibt quasi einen Ort, wo das spielt, also das Setting, das Szenario und in Giovantore geht es halt um die Rita, das ist halt quasi eigentlich ein normales Mädchen, der sieht mir jetzt äußerlich nicht irgendwie was Besonderes an, aber die hat halt eine Krankheit, die nicht heilbar ist, die hört immer so ein ständiges Ticken und das kann man so ein bisschen vergleichen wie diese Wassertropfen-Folter-Methode, also wenn du das halt ständig als Begleiter hast, dann wirst du irgendwann wahnsinnig und weil halt bei ihr, also sie lebt in einer Zukunfts-Sci-Fi-Welt, wo man theoretisch alles heilen kann, aber halt quasi ihre Krankheit geht einfach nicht. und wie sie halt so am Rande des Wahnsinns schon ein bisschen ist und dann macht sie sich selbst nochmal auf die Suche und begegnet halt so einer alten Frau und ausgerechnet die hat halt quasi, findet irgendwie ein Heilmittel für sie und ja, ab da geht es dann quasi so in den dunklen Strudel abwärts. Lebt sie in einer Apokalypse? Das kann man rein interpretieren, aber muss auch nicht sein, also das bleibt halt so ein bisschen offen. Der Comic ist ja auch ab 18 empfohlen, ich weiß gar nicht, ob man das irgendwo kontrollieren kann, ob ihr hier, wenn ihr das am Stand verkauft, dann Personalausweise zeigen lasst, keine Ahnung, also schon für Erwachsene die Zielgruppe. Ja, schon, also ich glaube, ich wollte das halt alles so unbeschönigt wie möglich zeigen und dann lasse ich halt auch nichts weg. Also ja, und das gefällt mir halt auch am besten beim Zeichnen. Ich finde es halt mega, ich stehe extrem auf düsteren Scheiß, ich höre privat eher so düstere Mucke die ganze Zeit und dann haben wir hier eben auch noch extrem viel Detailgrad, wir haben geile Action, ich muss sagen, ich bin volles Rollig-Zielgruppe von deinem Comic, ich finde es richtig top und muss auch sagen, es gibt diesen Vergleich, wirst du hundertmal gehört haben, zu Blame, den ich durchaus bestimmt bald habe. Hörst du den gerne oder ist es unangenehm, wenn man diesen Vergleich zieht? Ne, doch, also gerade, weil ich mich halt auch für so große Strukturen, irgendwelche Bauten oder Architektur generell, also in Juventore kommt wahnsinnig viel Architektur vor und ich glaube, dieser Architekturaspekt, irgendwie Welten und Gebäude zu bauen, das habe ich von Blame irgendwie übernommen und dass das Ganze noch so einen düsteren, bedrückenden Touch hat, das auf jeden Fall auch, ja. Die Geschichte ist ja abgeschlossen, wie sieht es aus? Wäre das was, was man auch fortsetzen könnte und eigentlich auch müsste, weil es halt so extrem erfolgreich lief? Ja, also du hast ja vorhin gesagt, also es ist ziemlich durch die Decke gegangen, aber eigentlich dachten wir mit dem Titel, weil das halt so, ja, relativ besonders ist, wussten wir nicht, wo das, wie das jetzt so ankommt und mir war es lieber und dem Verlag war es lieber, dass wir halt so quasi den ersten Teil, also im Kopf geht es bei mir weiter bis zu einem bestimmten Ende, wo das halt wirklich final endet, aber halt dieser erste Einzelbandteil den kann man so stehen lassen, da ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, wo man aufhören könnte und momentan hört es ja auch darauf, aber es ist halt auch, also man merkt es glaube ich auch, wenn man halt durchliest, dass da noch Potenzial auf mehr ist, ja. Es sind ja auch diese ganzen Science-Fiction-Aspekte drin, von denen du gesprochen hast, also das ist sowohl der Aspekt, wir können alle Krankheiten heilen, aber als natürlich auch die technischen Aspekte, die Science-Fiction auch natürlich über weite Teile ausmachen. Bist du Science-Fiction-Fan? Ja, auf jeden Fall. Also da finde ich gerade auch jetzt, also ich starte so ein bisschen in den Comic-Bereich rein und weil ich halt davor viel Manga gelesen habe, ich kam zwar vom Comic, da bin ich beim Manga gelandet und jetzt wieder beim Comic und da gibt es auch so viele coole Sci-Fi-Werke und da gucke ich mich gerade um, weil das ist irgendwie so das, ja, da ist alles offen, also und das ist so super interessant, generell alles, was mit, auch mit dem Weltall und so dieses kosmologische, übernatürliche zu tun hat, das ist genau meins. Dieser Podcast wird von relativ vielen auch Artists gehört, also Menschen, die oftmals auch aus der Indie-Szene stammen und eigenen Comics und Illustratoren machen, Illustratoren, Illustrationen machen. Vielleicht kannst du ein bisschen von der Zusammenarbeit mit Egmont auch erzählen und vor allem auch die Frage klären, wie du da eigentlich reingekommen bist. Ich habe davor, wie ist das gestartet? Also ich habe eigentlich davor schon länger immer kleine Geschichten gezeichnet und die halt im Internet veröffentlicht und das war halt quasi so die Übungsphase, wo man immer Kommentare halt kriegt von den anderen und kann sich selbst so ein bisschen einschätzen und ich habe dann auch damals, das ist jetzt mittlerweile schon, glaube ich, 13 Jahre oder so her oder 12, so eine kleine Kurzgeschichte geschrieben, die nur so 30 Seiten lang ist mit halt, da wollte ich endlich mal was abschließen, einfach meinen Zeichenstil testen und das hatte ich quasi dabei bei der Bewerbung 2019 und da bin ich halt quasi auf die Messe gefahren und zu jedem Verlag hin, dort gibt es auch Mappensichtungen und dann kann man sein Zeug vorstellen und die fanden die Zeichnung halt hauptsächlich, glaube ich, gut. Aber mein großes Projekt, wegen dem ich eigentlich dort war, das, ja, haben die vielleicht noch ein bisschen so, ich weiß nicht, wie das eingeschätzt wurde, auf jeden Fall wussten die auch, dass das sehr, sehr viel Arbeit sein wird für mich und da ich ja quasi noch Neuling bin in sowas, wussten die auch nicht, ob ich das durchziehe und deswegen bin ich erst ab, mit 150 Seiten ist das dann so mit dem Verlag zusammengekommen, dass die das übernommen haben und begleitet haben und dann quasi bis zum Endprodukt fertig war, ja. Sind die da auch redaktionell oder vielleicht sogar beratentätig geworden, konnten die dir Dinge sagen zum Storyboard, zum Verlauf, zur Optik, zu sonstigen Themen, wo du so ein bisschen Feedback auch von denen bekommen hast oder hattest du 100% freie Hand? Bei mir komischerweise war das so ein bisschen freie Hand, weil ich glaube, mit Marco als Redakteur bei Egmont habe ich einen erwischt, der irgendwie sehr schnell verstanden habe, um was halt diese Geschichte geht oder welche, die transportiert hauptsächlich eine Stimmung und eine Welt will ich erschaffen und die Geschichte an sich, wenn ich dem jetzt den Zettel hinlege, wo quasi abgetippt meine Geschichte draufsteht, das würde, glaube ich, keinen so wirklich berühren, aber ich hatte halt meine Zeichnung dabei, deswegen konnte er sich das schon vorstellen, dass das irgendwie was wird. Und ja. Wir hatten sie ganz zu Beginn schon kurz erwähnt, der ist ja empfohlen ab 18, der Manga und ich frage mich so ein bisschen, warum eigentlich? Also ist er so besonders gewalttätig? Ist er so besonders destruktiv? Ist er zu sexy? Was sind eigentlich die Gründe dafür, dass es ab 18 empfohlen wird? Ich glaube, hinten ist abgedruckt ab 16, soweit ich jetzt weiß. Du, auf der Webseite hast du jetzt nur gesehen. Ach so, okay, okay. Ich glaube, bei Amazon steht es leider auch irgendwie falsch drin oder so. Okay. Aber ich glaube, ja, generell ist das alles so ein bisschen, es sind schon ein paar Trigger-Themen drin, die jetzt aber nicht auf volle Kanne gezeigt werden, vielleicht höchstens der Gewaltgrad. Es ist auch, es steht zwar jetzt nicht Horror drauf oder Grusel oder irgendwie sowas, aber das ist natürlich auch immer ein Bestandteil von Dark Fantasy und Dark Fantasy gibt es quasi als Genre jetzt nicht so in Buchladen zum Abdrucken, deswegen steht auch Fantasy drauf und da hilft eigentlich dann nur noch diese Altersbeschränkung, so ein bisschen, dass das im Zaum hält. Danke. Wir sind hier auf dem internationalen Comics-Salon und der Salon hat sich in den letzten Ausgaben, die hat immer wieder den Vorwurf gefallen lassen müssen, Manga würde hier keine Rolle spielen, Manga wäre unterrepräsentiert und machen wir uns nichts vor, das war auch so. Im aktuellen Jahr ist das deutlich mehr, wir haben verschiedene Manga-Panels, wir haben Manga-Ausstellungen und wir haben natürlich auch glücklicherweise auch deutschsprachige Comic-KünstlerInnen wie dich zum Beispiel hier auch mit am Start. Wie sind deine Eindrücke vom Salon? Wie wohl fühlst du dich hier? Ich komme jetzt gerade erst an, aber mir gefällt schon mega gut, weil das irgendwie alles so heimelig ist und quasi an jeder Ecke, wo man in der Stadt hinguckt, ist irgendwie was oder hängt so eine Fahne und so. Das ist schon richtig cool, das ist ganz anders wie die Messen halt. Es ist viel gechillter, entspannter, man kommt irgendwie schneller ins Gespräch mit den Leuten, kommt mir vor. Also ich bin jetzt wirklich nur kurz hier, aber das habe ich schon alles irgendwie mitgekriegt und ja, ich glaube, das wird eine gute Zeit hier. Ich hoffe, dass es eine gute Zeit wird. Man kann nämlich auch mal eben kurz festhalten, dass zum Zeitpunkt der Aufnahme, wir noch nicht wissen, ob du ihn gewonnen hast, aber du bist auf jeden Fall nominiert für den Publikumspreis von Max und Moritz Preis. Wie hast du da vorne erfahren? Wie kam es dazu? Wer hat das eigentlich eingereicht? Wie läuft denn das? Weißt du das? Ja, ich glaube, das wird halt vom Verlag auch irgendwie eingereicht. Die müssen so ein Exemplar halt abgeben in die Jury und der Publikumspreis, der wird ja quasi vom Publikum nominiert und da kam anscheinend irgendwie genug Stimmen zusammen, dass das halt geklappt hat. Freut mich mega, dass das halt wirklich so gut ankommt, dass das da mit reinkommt. Also wirklich, generell, seit letztem halben Jahr bin ich einfach nur verblüfft, wie gut das ankommt. statt einfach eine fucking mega riesengroße geile Fanbase zu haben. Ich meine, was kann da Besseres passieren? Ja, als Fans, die einem scheinbar die Treue halten und das Ding dann eben auch supporten, wenn es wie es noch geht. Ja, mega cool, wirklich. Ja Mensch, Daniel, dann wünsche ich dir vor allem ganz viel Erfolg noch weiterhin, aber ich frage mich immer, ob ich den Erfolg wünschen muss, wenn so viel Erfolg schon da ist. Ich meine, ich wünsche dir weiterhin anhaltenden Erfolg, lieber Daniel. Vielen Dank fürs Gespräch und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ja, ich habe zu danken. Ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des TeleStammtisch, betreiben ein semiprofessionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcastplattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.